Hallo in Lektion 4. In diesem Tutorial lernst du die digitale Bibliothek der Universität Innsbruck kennen. Wir werden uns die Oberfläche sowie grundlegende Aspekte der Navigation ansehen. Auf der Startseite der Universität Innsbruck findest du in den Quicklinks ULB Literatursuche BibSearch. Hier gibt es den Link zur digitalen Bibliothek. Am schnellsten bist du, indem du direkt den Link in deinen Browser eingibst. Auf der Startseite der digitalen Bibliothek befindet sich ein eigener Bereich für Zeitungen. Dort findest du digitalisierte Tageszeitungen, Wochenzeitungen und Zeitschriften aus dem Tiroler Raum. Der abgebildete Zeitraum reicht im Moment von Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt in der Zwischenkriegszeit, also grob in den 1920er Jahren. Inhaltlich wird ein breites Spektrum von Politik über Landeskunde bis zu lokalen Ereignissen abgedeckt. Die Sammlung der digitalisierten Zeitungen erweitert sich ständig. Im Projekt Zeitschrift werden laufend neue Zeitungen online gestellt. Möchtest du dir einen Überblick verschaffen, dann kannst du im Bereich Zeitungen unter alle Titel oder Kalender suchen. Wenn du alle Titel auswählst, bekommst du eine alphabetische Auflistung aller verfügbaren Zeitungen. Du kannst diese nach Titel, Ort oder Jahr auflisten, beziehungsweise auch die Reihenfolge deiner Liste anpassen. In der rechten Spalte findest du eine Auflistung nach Ort. Dabei handelt es sich um den Verlagsort. Hier kannst du zum Beispiel nach digitalisierten Zeitungen suchen, bei denen der Verlag in Innsbruck war. Wenn du eine Zeitung auswählst, so kommst du zuerst in eine allgemeine Titelansicht. Hier befinden sich unter dem Begriff Titelaufnahme beziehungsweise Zeitung die Informationen zur jeweiligen Zeitung, die von Bibliothekarinnen zusammengetragen wurden. Je nach Titelaufnahme können diese Informationen sehr unterschiedlich sein. So sind die Informationen zu den Innsbrucker Nachrichten sehr ausführlich, zum Ausfernerboten jedoch knapp und kurz. Zum Alpenländerboten finden wir Informationen zum exakten Titel der Zeitung und der Erschienen zum Erscheinungsort der Zeitung, hier Innsbruck, zum Herausgeber, hier die Verlagsanstalt Tirolia und zum sogenannten Erscheinungsverlauf, also von wann bis wann die Zeitung erschienen ist, hier von 1913 bis 1938. Zur Erscheinungsfrequenz, ob täglich, wöchentlich, alle zwei Wochen oder monatlich erschienen und zur Erscheinungsweise, ob es zum Beispiel Lücken im Erscheinungsverlauf gibt, gibt es ebenfalls Einträge. Immer enthalten ist der persistente Link zu genau dieser Zeitung, den du direkt unter urn findest. Indem du auf das Icon I klickst, öffnet sich ein weiteres Fenster und es wird dir noch einmal der urn angezeigt. Dieser permanente Link sollte für das Zitieren verwendet werden, da er immer auf diese Seite auflösen wird und damit tote Links verhindert werden. Unter Jahrgänge bekommst du einen Überblick über die verfügbaren Ausgaben der Zeitung. Klickst du auf einen Jahrgang, öffnet sich für das jeweilige Jahr die Kalenderansicht. Hier kannst du sehen, an welchen Tagen der Alpenländer Bote im Jahr 1923 erschienen ist. Eine andere Möglichkeit, um nach Zeitungen zu suchen, ist die Kalenderoption. Zuerst erhältst du eine Übersicht der Zeitungsausgaben nach Jahren aufgegliedert. Rechts in der Spalte sind alphabetisch alle Zeitungen aufgelistet, die im Moment über die Kalenderansicht verfügbar sind. In der Jahresauswahl erkennst du direkt, für welche Jahre digitalisierte Zeitungen zur Verfügung stehen. Wähle in der Kalenderansicht ein Jahr aus, zum Beispiel das Jahr 1924. Rechts erscheinen insgesamt sechs Zeitungen, unter anderem die Innsbrucker Nachrichten. Auf einen Blick können wir erkennen, dass für diese Zeitung 298 Ausgaben für das Jahr 1924 zur Verfügung stehen. Außerdem sehen wir, dass für die Zeitungen Alpenländer Bote und Ausferner Bote je 52 Ausgaben zur Verfügung stehen. Das hat mit der Erscheinungsweise der jeweiligen Zeitungen zu tun. Wähle nun in der Detailansicht ein bestimmtes Datum. Wir wählen den 1. April 1924. Hier sind drei Zeitungen verfügbar. Um in der Zeitung zu blättern, aktivierst du das in Klammer angezeigte Datum. Oder klicke direkt auf den Titel der jeweiligen Zeitung. Hier kommst du auf die Titelseite der Zeitung. Du befindest dich jetzt in der Seitenansicht auf der Titelseite der einzelnen Ausgabe. Sehen wir uns genauer an, was du hier machen kannst. Oben im Bild ist eine Liste mit den Reitern Home, Titel, Übersicht und Seite eingeblendet. Der Reiter Titel zeigt dir die Titeldaten in einer Kurzversion an. Außerdem werden unter Ausgaben alle verfügbaren Zeitungen im gewählten Jahrgang aufgelistet. Im Reiter Übersicht werden alle Seiten der Zeitung des gesamten Jahrgangs abgebildet und du kannst sie durchblättern. Über die jeweilige Titelseite kannst du an den Anfang einer Ausgabe springen. Mit den Pfeilen oberhalb der digitalisierten Zeitungsseite kannst du im Dokument weiterblättern. Außerdem hast du verschiedene Möglichkeiten zur Ansicht. Zuerst siehst du die digitalisierte Zeitung. Wenn du weiter auf das Icon A klickst, öffnet sich ein Fenster mit dem OCR erkannten Text. Achtung, dieser Text wurde maschinell erkannt und kann Fehler enthalten. Über das Icon der Seite öffnet sich eine doppelte Ansicht, also links die gescannte Zeitungsseite und rechts der OCR erkannte Text. Das war das erste Tutorial zur digitalen Bibliothek der Universität Innsbruck. Im zweiten Tutorial sehen wir uns unterschiedliche Suchmöglichkeiten im Portal an.